Wie verhalte ich mich optimal in der allgemeinen Verkehrskontrolle und wie bereite ich mich auf eine Verkehrskontrolle vor? Im Strafverfahren als Beschuldigter gibt es zwei essentielle Grundregeln. Erstens, nichts unterschreiben, das gilt auch für die Verkehrskontrolle. Zweitens, schweigen. Keine Aussage machen und keine Angaben gegenüber der Polizei als Beschuldigter. Außer in der allgemeinen Verkehrskontrolle. In der allgemeinen Verkehrskontrolle werde ich mit schweigen nicht ans Ziel kommen. Die allgemeine Verkehrskontrolle, ich werde aufgehalten, Polizei vor mir, bitte folgen. Ich muss folgen und ich muss anhalten, wäre dann mindestens ansonsten eine Ordnungswidrigkeit. Ich halte an, der Beamte geht zum Fenster, bitte Fenster öffnen. Punkt 1, ich habe dann meinen Führerschein und meine Fahrzeugpapiere griffbereit. Das heißt vielleicht Führerschein im Geldbeutel und Fahrzeugpapiere im Handschuhfach. Weil, wenn ich lange suchen muss, werde ich nervös. Und wenn ich nervös werde, vielleicht sogar zu zittern beginne oder trockenen Mund habe oder komisch spreche, ist das ein Anfangsverdacht für eine Trunkenheitsfahrt. Das heißt, dass ich gefahren bin unter Alkoholeinfluss oder unter Betäubungsmitteleinfluss. Und auch wenn ich eine weiße Weste habe, möchte ich das nicht haben. Zweiter Punkt, ich weiß, wo mein Verbandskosten ist, ich weiß, wo mein Warendreieck ist, ich weiß, wo meine Warenweste ist. Und ich verteile die Sachen nicht im Fahrzeug. Ich lasse die an einer Stelle, weil sonst muss ich gemeinsam mit der Polizei mein halbes Fahrzeug durchsuchen. Insbesondere, wenn ich nicht weiß, wo sich das Zeug befindet. Nächster Punkt. Dann wird mich die Polizei wahrscheinlich befragen. Ja, wo kommen sie denn her, wo fahren sie denn hin? Darauf kann ich ehrlich antworten, muss ich aber nicht. Weil ich zumindest befürchten muss, Beschuldigter in einem strafrechtlichen Verfahren zu sein. Das heißt, ich kann straflos lügen. Wenn ich gerade vom Saufgelage komme oder aus der Disco, dann kann ich straflos sagen, ich komme gerade von der Arbeit. Jetzt ist die Frage, ist es sinnvoll? Und hier ist der Punkt, wo es nicht sinnvoll ist, die Aussage zu verweigern. Weil wenn der Polizist fragt, ja, wo kommen sie denn her? Dann ist es nicht sinnvoll zu sagen, ja, ich möchte die Aussage verweigern. Und ich möchte sie hier zu schweigen. Weil dann können wir uns alle vorstellen, was der nächste Schritt der Polizei sein wird. Ich sollte höflich sein und ich kann auch der Frage ausweichen. Das heißt, ich kann mit einer Gegenfrage antworten. Das heißt, warum wollen die das denn wissen? Oder können wir die Sache nicht beschleunigen? Ich möchte jetzt gerne nach Hause. So kann ich vielleicht der Frage ausweichen. Aber komplett schweigen ist hier sehr, sehr schwierig. Nächste Frage, vielleicht, hatten Sie schon mal mit Drogen zu tun? Auch diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich darf lügen, auch wenn ich 10 Vorstrafen wegen Verstoßen gegen das Betäubungsmittelgesetz habe oder wegen Druckenheit im Verkehr, kann ich sagen, nein. Aber die Polizei wird es wahrscheinlich rausfinden. Wenn die mit meinem Führerschein zum Wagen gehen und eine Fahrzeugkontrolle durchführen und eine Abfrage von meinen Ausweisdaten und von meinen Führerscheindaten, sehen die vielleicht meine Vorstrafen und insbesondere auch meine Verkehrsdelikte. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich dann gelogen habe. Problem ist natürlich, wenn ich antworte, ja, ich hatte schon mit Drogen zu tun, kann man sich vorstellen, wie die nächsten Schritte sein werden. Und die nächsten Schritte werden sein, ja, sind Sie mit einer freiwilligen Urinprobe einverstanden? Weil sonst müssten wir Blutprobe anordnen. Und hier ist der Knackpunkt. Die Polizei kann bei einem Verdacht einer Trunkenheit im Verkehr und bestimmter anderer Verkehrsdelikte unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine Blutprobe anordnen. Aber auch nur eine Blutprobe. Die Polizei kann mich nicht dazu zwingen, einen Atemalkoholtest zu machen, das heißt ins Röhrchen zu pusten, eine Urinprobe zu machen und Schweißtest zu machen oder irgendwelche anderen freiwilligen Drogentests zu machen. Warum sollte ich das auch nicht tun? Es ist so, dass Betäubungsmittel im Blut deutlich kürzer nachweisbar sind als zum Beispiel im Urin. Das heißt, wenn ich zu meiner Entlastung eine Urinprobe abgebe und die ist negativ, kann ich dadurch eine Blutprobe abwenden. Problem ist aber, wenn ich vorgestern Marihuana konsumiert habe, kann ich, wenn ich Gelegenheitskonsument bin, problemlos Auto fahren. Aber mein Urintest wird positiv sein, mein Bluttest aber nicht. Das heißt, wenn ich dann eine freiwillige Urinprobe abgebe, wird die positiv sein auf Abbauprodukte. Und dann muss die Polizei eine Blutprobe anordnen. Das heißt, wenn die Urinprobe positiv ist, wird die Blutprobe erst recht positiv sein. Weil eben diese Nachweisbarkeit im Urin so viel länger möglich ist, ist es nicht sinnvoll, eine Urinprobe abzugeben. Weil du mit einer Urinprobe sehr selten eine Blutprobe abwenden kannst. Du schaffst dann nur einen Tatverdacht, den die Polizei nicht ignorieren darf. Das heißt, es wird dann mit fast sicherer Wahrscheinlichkeit eine Blutprobe angeordnet. Nächster wichtiger Knackpunkt, freiwillige körperliche Drogentests. Das heißt, Fingernasetests, auf einer Linie gehen, 30 Sekunden abzählen. Oder wie nur das Alphabet rückwärts aufsagen. Solchen Tests nie zustimmen. Diese Tests gehen immer nach hinten los. Erstens, du wirst so nervös sein, dass du bei den meisten dieser Tests vielleicht nicht versagst, aber zumindest nicht optimal handelst. Das heißt, du wirst nie 30 Sekunden genau nach Stoppuhr abzählen. Du wirst nie konkret genau auf der Linie gehen. Finger-Nase-Probe auch nicht ganz so leicht. Auch im nüchternen, aufgeregten Zustand. Vielleicht in der Nacht in dieser Stresssituation der Verkehrskontrolle. Diese Tests haben zwei gravierende Nachteile. Erstens, wenn du auch nur in kleinem Maße scheiterst oder Abweichungen oder Fehler zeigst, ist das ein Anfangsverdacht. Das heißt, du gibst damit der Polizei den Verdacht, eine Blutprobe anzuordnen. Zweitens, wenn du bei diesen Tests scheiterst, dokumentierst und beweist du damit Ausfallerscheinungen. Das heißt, du hast nachgewiesen den Einfluss von Betäubungsmitteln auf deinen Körper und auch auf deine Fahrtüchtigkeit und nicht nur positiv Betäubungsmittel oder Alkohol im Blut. Du weist damit im Gerichtsprozess zum Beispiel nach, dass du nicht in der Lage warst, dein Fahrzeug sicher zu führen. Das heißt, du wirst sehr, sehr viel schwerer bestraft werden, weil du dann eher im Bereich der Straftat bist. Das heißt, der Trunkenheit im Verkehr, 316 StGB und nicht mehr im Bereich der Ordnungswidrigkeit. Das heißt, du kommst vor Gericht und nicht in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten mit einem Bußgeldbescheid. Das ist der Hauptnachteil dieser Tests. Ansonsten gilt, immer höflich sein zur Polizei, höflich aber bestimmt. Nie sich verpflichtet fühlen, irgendwelche Maßnahmen zu tolerieren, mitzumachen oder sich genötigt fühlen, irgendwelche Tests abzugeben, Urin abzugeben oder irgendwelche Informationen preiszugeben, die du nicht preisgeben möchtest. Im Zweifel lieber zu wenig sagen als zu viel. Das ist der Hauptnachteil, die du nicht verpflichtet fühlen.